Wie immer unfähig in Stresssituationen sinnvolle Sätze zu formulieren, hatten sich die Zauberer doch glatt mit Fafnir angelegt und ihn beinahe getötet. Zum Glück ging Futurus Vlad noch rechtzeitig dazwischen. Da sie Asatur nun per Marquis in die materielle Welt lotsen konnten, waren die Zauberer endlich bereit, den Mega-Dämon selbst herauszufordern. Yay. Ladebücher. Die erste Hürde, die wir überkommen müssen. Ladebücher. Nicht durch den Ladebücher turben lassen. Yay. Hm, hübsch ist es hier. Asatur. Hm? Robus geht hier plus Tidr. Je gnekt Signal nur, wie Tidr kommt. Hä? Falks wie sie. Törn je in der? Hm? Was? Je null Kumpa. Werber nie habe, blöd o jill. Äh. What? Oh Gott, schon wieder? Ach du Kacke. Lauf. Woa. Woa. Was denn war das? Servus Leute, hier geht es wieder ab in Magica, direkt Action geladen. Yay. Ach du Scheiße, weißt du? Der ist ja fast so gefährlich wie ich. Da, der hat mich nass gemacht. Nein, der ist so gefährlich wie Nils. Mit Granaten. Oder so, ja. Oh, n, n, n. Oh, verflucht noch mal. Ist das ein Wasserschiff? In der Zwischenzeit natürlich wieder total vergessen, wie das Spiel funktioniert. Scheint so, ja. Oh, wer, wer musste mich in die Luft jagen? Schnellt, wiederbelebt, genau. Nein, noch mal, noch mal. Danke, sehr gut. Oh, das muss jetzt irgendwie hindauern. Ich bin tot. Bist du? Jetzt bist du tot, ja. Jep. Anzünden, gute Idee eigentlich. Ups. Yes, geschafft. Ich hab's. Das Wetter zuckungen. Du hast es zusammen geschafft, würde ich mal sagen. Ja, Scheiße, was flackt denn hier alles rum? Jede Menge Granatenstäbe. Ja, das auch. Dummerweise. Sag mal, irgendwie... Sind wir wirklich alle mit unseren Standardwaffen hier reingegangen? Das ist ja kacke. Oh, Gott. Oh, Gott. Na gut, also dann. Geht vor, ich bleib hier stehen. Ich lass mich nicht hören. Der kann man... Nee, oder? Kann man den so hören? Nein, kann man nicht. Au! Ach so. Warum wird Vlad eigentlich von so einem 50-jährigen bayerischen Herren gesprochen? Bayrisch? Also hört sich sehr mal. Keine Ahnung, gute Frage. Nicht sächsisch. Süddeutsch. Hey, da sind wir schon wieder. Und jetzt nochmal. Ganz genau. Ach, hey. Und jetzt müssen wir wieder gegen Grimdi angeben. Gegen welchen Plan werden wir jetzt angeben? Gegen Grimdi. Okay, ich hab einen Plan. Ähm... Grim... Und ich hoffe, ihr habt auch einen. Oh. Äh... Nicht brennen. Das ist der Plan. So. Scheiße. Wasser ist ein schlechter Plan. Wasser ist ein schlechter Plan. Das ist ein schlechter Plan. Das ist eine Scheißidee. Jetzt können wir uns nicht wiederbeleben. So. Ich kann niemanden wiederbeleben wegen dem Scheißwasser. Tötting. Nein, nein. Wiederbeleben. Nein, du musst es wiederbeleben. Ja, der tust du, oder? Wiederbeleben. Jetzt. Schnell. Der wird durch die Geheiz. Ja, ja. Weil er nass ist. W-A-Leertaste. Oh Gott. Das war knapp. Dammit, man hat mich getötet. Ja, mich auch. Wiederbeleben, bitte. Oh yeah. Oh yeah. Hey, so lebst du ja noch. Aha. Wieder überraschend. Lebenssysteme lebte. Wir müssen ihn doch jetzt bald mal hinkriegen. Oh nein. Du bist wie der Letzte. Ja, warte mal. Warte mal. Hast du ein Schild? Ich kann gerade gar nichts machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, nein. Nein. Das hat auch schon mal besser funktioniert. Profis im Einsatz. Furchtbar, Leute. Wir treiben ihre Geister aus. Sekunde, 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 Sekunde. Schnellig ist ein Granatstab. Genau. Ich glaube, wenn wir alle... Nils! Wenn wir alle Granaten draufwerfen, dann würde das... Meint er? Ja. Na gut. Ich hatte eigentlich einen anderen Plan, der auch funktioniert hätte. Aber es war ein bisschen zu knapp zeitlich. Ein Gewehr können wir auch noch mitnehmen. Was hat Nils denn für eine Aura? Oh, Pus! Ähm, er hat Blitzschaden vermeiden. Also Blitzschild sozusagen. Ist natürlich scheiße für mich. Nö, ist es nicht, weil es ja nur auf ihn zutrifft. Echt? Ist das nicht eine Aura? Ja, okay. In einem gewissen Bereich auch auf andere. So. Aber ich mache dasselbe auch für mich, weil sich das lohnt. Was zur Hölle? Okay. Wir haben ihn ziemlich heftig... Oh, Gott. Alter, Binn. Mit dann 4000 Anspunkten. Ich fliege die ganze Zeit weg, weil er ständig da einen scheiß Tornado einsetzt. Wo bin ich? Oh, ich lebe ja noch. Jetzt nicht mehr. Hilfe, wiederbeleben! Schnell, Hilfe! Oh, Gott. Schnell, wiederbeleben! Nein. Dann schnell genug. Also ich vermute, wir sollten uns alle ein Feuerblitzschild zulegen. Das mache ich schon die ganze Zeit. Das funktioniert meistens. Oder wir sollten uns einfach direkt neben ihn stellen. Oder wisst ihr was? Machen wir eine Kollaborationsarbeit. Vorsicht. Erstmal noch wieder die Stäbe. Die haben ja gut funktioniert. Das war tatsächlich eine gute Idee. Einer von uns hat ein Blitzschild. Genau, und der andere macht sich ein Feuerschild und die restlichen machen sich Rüstungen mit Feuerschild. Könnte ich meine Rüstungen loswerden? Sekunde, 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 Sekunde. Was muss ich machen? Einmal Rüstung casten auf dich selbst und dann nochmal Rüstung casten auf dich selbst. Dann bist du deine Rüstung los. Oder einfach abwarten. Ja, oder so. Oder nein, ja. Nö, ich bin so langsam. Wir könnten auch noch die Zeit verlangsamen. Das hat bei uns jetzt immer gut ausgesehen. Der Typ hinter ihm sieht cool aus. Wenn ich noch wüsste, wie das geht. Ja, ist das? Ja, überhaupt nicht. Nee, stimmt. Granaten werfen. Und weglaufen. Nein! Weglaufen musst du vor dem Dornado nicht, weil... Oh Mann, oh Mann. Man hat einen vor den Granaten weglaufen. Nee, nee, nee. Nee, nee. Böse Granate. Störb endlich. Der ist beschützt durch das Ding im Hintergrund. Ja, irgendwie. Der wird entbeschützt, du sagst. Nase. Saffnase. Ach du Scheiße. Herzlich wieder. Der heilt. Ach du meine Fresse. Ich glaube, er versucht, ihn ständig durch den Blitz zu tun. Mich? Ja, mich versucht er durch den Blitz zu tun. Was funktioniert hier nicht? Irgendwas müssen wir machen. Irgendwas machen wir falsch. Ah, halt. Stopp. Was macht der dann jetzt hier? Lacht der uns aus? Ich glaube, wir müssen ihn mit irgendeinem speziellen... Mit irgendeiner speziellen Mackie belegen. Immer dann, wenn Vlad auftaucht. Keine Ahnung, wer ich dir. Was? Hör auf mit der Granate, wenn ich daneben stehe. Schnell, belebt mich wieder, Perma. Schnell. Wehrtaste. Du bist der Letzte. Wehrtaste. 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 Warum kann ich wie nicht? Oh, ich bin schon. Okay. Nils. Scheiß, kein Atmen. Ich habe gerade keine geworfen. Oh. Fuck. Das ist richtig schlimm hier. Was müssen wir jetzt auf ihn drauf machen? Irgendein Zauber. Ich weiß bloß noch nicht welchen. Betörung ist es nicht. Angst ist es nicht. Teleport. Unsichtbarkeit. Hast. Fett. Das ist es auch nicht. Wiederbelebung ist es auch nicht. Verwirrung. Goddammit. Welcher ist es? Crash to Desktop. Verkörperung. Verkörperung. Ich kann nicht mehr. Ich zaubere Verkörperung. Ihr müsst ihn beschädigen. Okay. Jetzt bitte. Da. Ach, verflucht Regen. Der hat alles zunichte gemacht. Tu it, Wals. Jetzt schnell. Ich kann nicht. Es regnet. Wasserschild. Mach den Wasserschild. Mach den Zauber. Willst du es? Yes. Was haben wir geschafft? So fast mir lasst, der traf der Ring, all du auf Mürkern schnitt an. Ich mach das so Ringen aus. Der Typ in der Hände ist cool aus. Gell? Ich pute Maske auf. Oh nein. Oh nein. Meister Vlaat hat uns reingelegt. Ich dachte, es steht Wochenende. Oh Gott. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich Krimle am Wochenende fand. Dort haben wir ihn auf Freitag gefunden. Da war es schon so hasserfüllt. Leute, hört auf zu scherzen, das Ende der Welt steht bevor! Nö, wie so Chaos und so ein Tod. Ende der Welt, nö. Wir konnten Grimny vorher schon kaum besiegen, wie sollen wir den denn jetzt schaffen? Nur Fliegen ist schöner! Oh mein Gott! In gelb! Genau! Der wird selbst getötetet! Scheint fast so! Leute, tut was! Man bewege mich sogar! Ich versuche gerade eine richtige Magie zu finden! Ach scheiße! Wie war das noch falsch? Uh! Der Tod! Da! Ich bin dieses blaue, flabbernde Etwas dahinten! Ach, dann lebst du ja noch! Uh, der hat Protonentorredos! Sehr ungezeichnet! Raumschiff Assatur! Nein, jetzt! Leute! Tut was! Wiederbeleben! Wiederbeleben! Oh Gott! Wiederbeleben! Wiederbeleben! Nicht auf mich schießen! Oh! Toddiskussen! Ne? 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 Nimm das, du! Ich hab ihn getötet! Guter Schuss? Will nicht! Was? Okay! Wir sind aber immer noch auf einem fallenden Felsen! Ja! Irgendwie schon! Ist das die Endszene aus Star Wars? Die was? Wovon redest du? Nix! Ich hab keine Ahnung, was du willst! Ich hab einen Plan! Jemand flummt nicht auf einer dieser Inseln, die gerade vorbeifliegen! Yay! Ich glaube, wir haben Magiker bestanden! Kann das sein? Ja! Aber ich glaube, Magiker mag uns nicht! Stimmt nicht! Ja, genau! Was? Ja, und jetzt? Genau! Yay! Nochmal! Lasst mich zaubern! Nee, nicht nochmal! Ne, 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 ne der Teile, mittlerer Shit! Hahahaha! Ok, Perma hat sich verabschiedet zu den Credits Das passt ja gerade rechtzeitig, würde ich sagen Ja, wir leben! Ui! Und was zum- ey, das ist Mus! Das ist Mus- Ah! Mul- Ah! Ah... Ich glaube, Leute, ihr habt jetzt schon langsam mal Mal, oh mein Gott, belebt mich wieder. Belebt mich wieder. So, so. Ja, genau so. Wir sind die Herren der fliegenden Insel. Noch eine Wiederbelebung. Ich hab's verdient. Oh shit, oh shit. Lass mal ein kleines Feuerwerk machen. Ja, weil wir gewonnen haben. Äh, yeah. Jo. Oh, oh. Nein. Wurde getötet. Ja. Fantastisch. Ich hab dir gesagt, ich mach ein Feuerwerk. Ein tolles Feuerwerk. Wie awesome ist das denn? Ich wollte noch ein bisschen mehr rumfeuern. Tja. Naja. Ja. Ich denke. Wenigstens sterben wir nicht durch den Felsen. Ja, absolut. Mhm. Ich denke, damit hat sich unser Abenteuer erledigt in Magica. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das war's vom Kartoffelkommando soweit. Ey. Los an die Dien. Und unser nächstes Projekt. Naja, wir wissen noch nicht genau, was wir machen. Aber ihr werdet es sehen. Servus, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Was machen wir jetzt mit dem Felsen? Kein Plan. Kann man das nicht irgendwie vorspulen, die Credits? Ja. Come on. Es gibt ja Credits. Bist du sicher? Ja. Oh, viel zu viele Turbos. Viel zu viele Turbos. Da kann ich nicht... Oh Gott. Nein. Die schöne Boombox. Keine Ahnung. Der war hinter mir. Warum schießt du auf mich? Warum hat Kubi geschossen? Was zum Geier geht mit dir ab? Wer hat da geschossen? Der Kleine hat auf mich geschossen. Warum schießt du auf mich? Nein. Skepta. pace. Ich gehe nicht an mit méhen. Oder ist das mit dem Felsen von Felsen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017